Willkommen zurück zu einem neuen Fransa Video, heute mit dem ANG Bruno. Und wir werden jetzt gleich mal gucken, was wir für ein Rennen fahren. Ich würde sagen, eine Rundstrecke. Gut. War zu früh. Am besten fahre ich in meiner Strecke, die ich noch nicht kenne. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Das passiert mir sehr oft. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, natürlich möchte ich den auch benutzen. Ja, natürlich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das für einer? Wieden mal, glaube ich. Ich ziehe ganz schön weg. Oh. 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 sein müssen. Ich glaube aber, das war ein bisschen kurz. Deswegen suchen wir uns jetzt nochmal einen Angeklass. Okay, die ist so gut drauf. Wo haben wir denn Rennen, was wir noch nicht gemacht haben? Ja. Ja. Rechts abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Oh, das ist nichts. Hier hole ich mir. Bei nächster Gelegenheit enden. root in 200 Metern. Untertitelung des ZDF, 2020 Und das ist wieder eine Tafel. So, Solo. Natürlich wieder den. Untertitelung des ZDF, 2020 Starten. Die sind auch ganz schön aggressiv. Untertitelung des ZDF, 2020 Und das ist wieder eine Tafel. Und das ist wieder eine Tafel. Und das ist wieder eine Tafel. Schafel. Und das ist wieder eine Tafel. 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 Voll oder? Horizon hat mexikanisches Outdoor Wrestling und ich sitze hier in der Zentrale fest. Ich füge es deinem Kalender hinzu. Ja, wir sehen uns aber gleich wieder mit der Tunneldurchfahrt. Ach so, da sind wir wieder. Jetzt sind wir vor dem Tunnel und dann verabschiede ich mich wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.